die werkstatt hat jemand gedroppt ja tatsächlich also nicht die werkstatt aber halt den schraubplatz allgemein okay wir gehen zum gen da das doch doch noch jemand da schade ich war jetzt sicher dass oh mein gott hat na ja egal pellet zweck schade müssen gut aus für 60 glaube ich nein ich war der kante diesmal ist auf jeden fall besser als jedem schade na der ist da rum ja wenn das weg geht nicht zu lang der tisch war zu lange Da hört man nicht so krass die Knöpfe. Aber die hört man so oder so krass. Ja stimmt, die Pallette ist ja hier weg. Die ist so weit, das ist auf jeden Fall stärker. Kann sein, dass ich auf die Schnauze kriege. Ich sage ja, ein richtig gutes Survivor habe ich so meine Probleme tatsächlich noch. Liegt aber auch an der nicht vorhandenen Spielzeit, die ich habe. Ich habe aber jetzt nicht die massive Spielzeit wie andere Leute, die das Spiel noch mehr in ihrer Freizeit spielen. Ja, ich traue mich bei solchen Loops das halt nicht zu machen. Dann die Pallette in Kauf nehmen. Scheiße, hätte ich wissen müssen. Ich gehe zum Jett rechts. Intensive Runde. Oh, das war ein gutes Deadart. Ich vercheck das immer mal, ne? Also in letzter Zeit vercheck ich echt Deadart. Die ist rückwärts gegangen. Okay. Ich muss, also wirklich, ich vercheck halt, das liegt aber auch wirklich, das ist jetzt keine doofe Ausrede, aber diese Animation von dem neuen Deadart, ich habe die noch nicht drauf tatsächlich. Ich gehe wieder zurück zum Haken. Ja, knapp daneben. Ich gehe wieder zurück zum Haken. Ach, ich habe, ach scheiße, ich habe jetzt auch nicht drauf geguckt, dass der Counter voll ist. War leider fail. Wo ist sie hin? Schade. Merken Deadart. Die haben alle Deadart. Ja. Hinten der Jendon, den müsste ich eigentlich bewachen. Wir kicken den Sicherheitshalber. Ja, ganz perfekt auf die Runde nicht. Leider. Ja, das ist ein gutes Team, das merkst du. Das ist voll Heal. Peinend sich erstmal. Keine Ahnung, umso wenig Zuschauer. Risiko. Just getting started. Got you. Der ist über alle Berge, aber sie ist noch hier. Die sind oben raus. Ja, Deadheart, kannst ja nichts machen. Er ist ein starkes Team. Muss den Chase abbrechen. Deadheart ist ja so ein schlechtes Perk. Ah, okay, ich habe zu lange gewartet. Jetzt wurde ich nervös. Ich gewinne werde ich das nicht. Das war ziemlich beschissener Deadheart. Da kann man mich nicht bleiben. Oh doch, wieder was dazugelernt. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Okay, wir gehen wieder zurück. Er war am Jen dran. Ich hoffe, er war am Jen dran. Ja. Ja, ist weg. Easy. Statt zu moonwalken sollte man solche Dinger unbedingt beachten. Deadheart. Das sollte man allerdings auch beachten. Ich muss zu den Gents. Also für mich ganz klar. Ah, Palette. Okay. Ganz klar. Ähm. Ey, Tier. Das schaffst du mit einem BT-Killer. Auf keinen Fall. So eine Situation. Und das war ein gutes Survivor. Oh, die ist oben. Ah, die läuft hier. Ah, okay. Die läuft aus. Gut. Schaffst du nicht. Zu weit weg. Also so eine Toxiknis stört mich nicht. Das ist ja noch leicht toxisch. Schade. Die geht abhängen, aber wir können die Jen kicken. Ah, das ist die Kiste. Okay. Ja, komm. Komplett. Blödsinniger Loop. Ah, das ist die Kiste. Aber gut. So können wir ein bisschen Floretta blenken. Dead Art. Na, noch nicht. Ja, die Runde ist wirklich geil. Die ist richtig geil. Ja, klatscht du mir. Das ist in der Tat. Oh mein Gott. Diese Survivor-Hitbox manchmal. Alter, die hätte ich safe gekriegt, Mann. Geiles Fass. Jetzt mach ihm ein Fass auf. Das ist ein Haken. Schade. Steine weg. Also klar, es gibt immer noch krassere Survivor, aber die waren schon nicht schlecht. Die haben ein bisschen... Die waren sehr auf dem Haufen. Das war deren Fehler. Aber in so einer Situation, dass hättest du mit einem BT Killer die Situation niemals geschafft. Gearscht. Ja. Ich muss zum Jen. Ich muss die Jens kontrollieren. Die haut ab. Ähm. Ich hätt hier weiter chasen können, aber... Lass sie sich healen. Ich hatte jetzt nicht mehr den Kopf, wie weit der Jen hier tatsächlich war. Ja. 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 Ich hätt ich... Ja. Darauf hab ich gewartet. Darauf hab ich gewartet, dass sie Deadheart macht. Das war jetzt. Darauf hab ich jetzt gepokert. Ich hab ne Sekunde gedacht, sie fällt nicht drauf rein. Nice. Ich hab ne Sekunde gedacht, sie fällt nicht drauf rein und sie ist drauf reingefallen. Ich wollt, dass sie Deadheart nochmal benutzt. Geile Runde. Ja. Wir sind noch nicht ganz aufgeladen. Jen durchgezogen und Adri. Woah. Nice. Oh mein Gott. Freunde. Okay. Das war ziemlich scheiße von ihr Oh Gott ey Die Runde davor war okay Aber die lösche ich Aber diese Runde Diese Runde Die wird hochgeladen Holy shit war die geil Aber von beiden Seiten Sicher natürlich individuell Je nach Killer Fähigkeiten Ja gibt es auch BT Killer Die in 3Gen gut patrouillieren können Oder allgemein auch noch Das relativ gut Ja rausspielen können Aber ich bin der Meinung Ein Großteil vom BT Killer Hätte das nicht geschafft Der ist sowas von kein BT Killer Ja